Hast du schon mal Klarspüler auf deinem Teppich verteilt? In diesem Video zeige ich dir, warum das Ganze eine wirklich gute Idee ist. Denn wenn du auch Flecken auf deinem Teppich hast, so wie du das Ganze hier bei mir sehen kannst, kann Klarspüler dir dabei wirklich helfen. Doch warum ist das eigentlich so? Klarspüler kann aufgrund seiner Inhaltsstoffe wirklich dafür sorgen, dass Flecken super schnell und einfach vom Teppich entfernt werden können. Schnapp dir also etwas Klarspüler und sorge dafür, dass dein Teppich wieder richtig schön fleckenfrei und komplett sauber ist. Ich zeige dir jetzt eine ganz genaue Anleitung, wie das funktioniert. Du brauchst dafür noch ein solches Mikrofasertuch, denn mit diesem wollen wir hier drüber wischen. Kippe jetzt etwas von dem Klarspüler auf das Mikrofasertuch, nimm es dann und beginne damit über den Fleck zu reiben. Bei wirklich hartnäckigen Flecken kannst du auch den Klarspüler direkt auf den Fleck geben. Doch so auf dem Tuch hat bei mir meistens ausgereicht. Ich wische jetzt mit dem Tuch hier über den Fleck und wische richtig schön hin und her und manchmal auch in kreisenden Bewegungen, um dafür zu sorgen, dass ich auch wirklich jede Faser hier wirklich sauber bekomme. Bereits nach einiger Zeit drüber wischen wirst du dann sehen können, dass der Fleck schon deutlich weniger sichtbar ist. So wie du das Ganze jetzt hier bei mir schon wirklich gut sehen kannst. Ich lege die Kamera einmal beiseite und wische jetzt nochmal richtig schön drüber. Und bereits nach kurzer Zeit ist der Fleck dann auch schon komplett verschwunden. Wie du hier sehen kannst, ist es jetzt noch ein wenig feucht, aber der Fleck bzw. der Schmutz ist wirklich komplett weg. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Würdest du jetzt außerdem noch wissen, warum du Tee auf deinem Teppich verteilen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.